So, 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 liebe Leute, Hallöchen, Herzlich Willkommen hier zurück bei YouTube ist Live. Folge 5. Erstmal zum Schlafen, dann nach Essen. Und, äh, nehmen wir denn? Hier. Ein Wässerchen reicht erstmal. So, danach setzen wir unseren Kursvorrat. Äh, wir brauchen, ja, Starterkurs Eintag. Ja, 14.000 Abos haben wir schon. Ähm, ja, ich habe mir überlegt, ich hänge noch eine Woche dran. Heißt also, ich mache nicht nur diese Folge 5, wo ich einmal teste, sondern ich hänge noch eine Woche als Gamer dran. Mal gucken, wo es uns dann hintreibt. Und, ähm, ja, wir werden überlegen, ob ich dann vielleicht mal abwechslungsweise die Musikrichtung ausprobiere. Oder den Koch, oder, ja, mal halt gucken. Ah, das lernen, ihr nervt. Aber, ich muss hier warten, bis das fertig aufgeladen ist. Oh. Oh, das ist gut im Video. So, und zwar dazu möchte ich ein Gameplay starten. Zack. Okay. Und den Kurs pausieren wir. Fortsetzen. Jo. Äh, wir müssen auch mal neue Ausrüstung kaufen. Klopp. Ja, wegen der Begrüßung. Juhu. So, Ladebildschirm. Äh, worauf müssen wir denn hier achten? Äh, machen wir ja erst einen ernsten Kommentar. So. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir den Kameraschnitt kriegen. Oh, äh, das Spiel hängt sich auf. Professioneller Kommentar. Oh, hier, Kameraschnittpunkt. Zwei Stück. Äh, sarkastisch. Jawohl, damit haben wir das voll. Jetzt müssen wir noch einen auf Ton verwenden. Oh, hier, zwei Tonpunkte. Äh, ich schreie. Jawohl, und damit ist unser Grund, ähm, fertig. Ah, wir können sogar neue Karten dementsprechend erzwingen. Äh, machen wir das Ganze so, so und den da hin. Gut. Äh, den können wir aufpolieren. Und hier können wir noch ein bisschen was rendern. Ja, interessiert kaum einen. Schade, schade. Ja, lad trotzdem hoch. Hier, 20 Dollar Kiss. Kriegen wir da drüber. Nee. Möchte ich nicht. Äh, hier. Äh, geht nicht. Alles klar. Äh, hier, kurz fortsetzen. Oh, neue Karten. Äh, das sind die Karten. Äh, lustige Kritik. Gib her. Oh. Ähm. Oh. Wenn das fertig ist, müssen wir einmal einkaufen. Dann nehmen wir neues Gameplay auf. Weil ich glaube, wir haben neue Spiele und äh, neue Spiele sind immer gut zum ausprobieren. So, Videobearbeitung Sound ist besser. Jawoll. Ja. So, wir gehen schlafen. Yeah. Und danach essen wir einen Salat. So. Den wählen wir aus. Mhm. 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 Alles. Uh. Positive Kommentare. Aber. Ja. Äh, einkaufen. Und zwar. Neuerscheinung. Ähm. Ja. Failout kommt bald an. Und äh, in der Zwischenzeit. Ja. 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 Davon. Wollen wir das Ganze mal. Ja. Fortsetzen. Ja. Winkt eine Begrüßung. Wuhu. Wuhu. Ingewicke. Interaktiver Ladebildschirm. Äh. Versuchen wir es mal ausgeglichen. So. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir auf Kamera ein bisschen Rücksicht nehmen unter anderem. So. Äh. Wieder Kamera. Ah. Schade. Einen haben wir noch. Ähm. Also wir brauchen noch einen Kamerapunkt und einen Interaktiv. Äh. Ich würde aber gerne den Ton mitnehmen. Jawohl. So. Weil Kamera können wir nämlich ausgleichen. Und äh. Deswegen. Wie ist da alles tuti. So. Zack. Zack. Boah. Das perfekteste Stück was ich hier zusammen geschnibbelt habe. Da einen dran setzen. Zack. Gebeam. New Record. Ja. Komm hoch. Äh. Magst du derzeit Telefonanbieter sicher das? Ähm. Ein guter Blick. Ja. 16.000 Abonnenten. So. Hier neue Skatepunkte. Was ist das? So. Äh. Da. Öffnung. Ehrlichkeiten. Äh. Ne. Möchte ich nicht. Kuss fortsetzen. Und zwar. 2 Tage Kuss. Auf Verabschiedung mit Kuss? Die nehmen wir doch. Ah Leute. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Töne. Möchte. Und äh. Wir essen. Ein Hotdog. Und danach machen wir ähh. Neues Gening Video. Ah je. Erstmal eine Preview. Aber erstmal muss hier der Balken hoch gehen. sobald er da gefertigt ist mit allem pipapo machen wir erstmal kurz pause mani mani wir können das bewerben ja hier kurz anhalten wir schlafen wir müssen ein video nach dem anderen hier raushauen das ist für uns notwendig mani mani so fortsetzen wegen der begrüßung er ströbert auch immer hier durch mein zimmer geht mir langsam mal auf den sack endlose dialogsszene fröhliche äußerung dazu interaktiver ladebildschirm oh ich habe ein easter egg gefunden feierliche schreib nicht kaputt gehen pc erde wir kriegen es gerade mal so hin aber das ist böse 20 dollar reparieren 20 dollar reparieren Grus fortsetzen. 80 Dollar im Monat sind echt hart. Aber was soll man machen? Ja, ich weiß, du hast keinen Bock zu lernen hier, aber nein. So, wegstellen hier. Danke. So, fail out, war ein fail out. Genau, Kollege, geh mal weg. Interaktiver Ladebildschirm. Ein lustiger Kommentar. Warte. Normales Spiel. Professionell. Ladebildschirm. Tarkastischer Kommentar. Typisches Spiel. Singender Kommentar. Jawohl. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch genau hier drauf achten. Und das können wir halt hoch arbeiten. Ja. So. Zehn. So. Zehn. Zehn hoch. Zehn hoch. Und rendern. Nur ein 50er Interesse. Ein 50er Interesse ist nicht gut. Er ist wahrscheinlich genauso wie an diesen YouTubers Live Videos, die ich gerade hier drehe. das 50er Interesse. Aber, äh, ja. Äh, Freunde. Und da. Wie ist denn noch mal? Ah, da ist er. Jaaa. Ab ins Kino mit ihr, dann wird geflirtet. Über den Film reden. Oh, was ist ausgeben werden? Ach ja. Da steht ja so eine ähnliche Rolle. Ja, ich sehe immer den Fortschritt. Tada! Oh! 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 So, gehen wir mal hier weiter. Reden wir mit der nochmal kurz. Danach mit der. Danach flirten wir mit ihr. Das ist immer ein langwieriger Prozess hier mit den Damen. Die Kommentare sind hier aber wie die Presse posieren. Kennt man mich schon? Ich bin nicht wirklich bekannt, alles klar. Ich gehe in den Saal. Hier hinsetzen. Blah, blah, blah. Oh, meine Kleidung ist für diese Veranstaltung unangemessen. Deswegen spricht sie nicht mit mir. Sag lieber nichts, ich verschwinde lieber. Tschüss, Leute. Wenn meine Kleidung für diese Veranstaltung unangemessen ist. Halleluja. Nein, danke. Ich möchte mich nicht unterhalten. Ich gehe lieber eine Runde schlafen. Und dann mache ich mal ein Scamming-Video. Machen wir mal ein Gameplay-Video zu einem alten Spiel. Lustigen Kommentar abgeben. So, jetzt legen wir mal ein bisschen Wert auf Kamera. So, zusammenfassende Spiels. Ernster Kommentar. Jetzt brauchen wir Kamera. Und das zum Abschluss. Super, jetzt können wir hier die Kamera nochmal eine Runde pushen. Das, was uns halt fehlt. So, so, in, in, da rein. Bitteln wählen. Okay. Wer ist der rausgeholt, was man da kriegen kann? Ach, hochladen. Okay, welches? Ah, habe ich nicht. Ablehnen. Konstruktive Trick. Zack. Kurs fortsetzen. Und solange wir den Kurs fortsetzen und hier das Video hochladen, Leute, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich mache ein Päuschen. Und bis dahin. Räumchen da lassen. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.